Ich bin Marlies. Mein Name ist Marisa. Mein Name ist Marisa. Du bist doch schweig. Ja, mein Glück. Erwachsener. Das habe ich gesagt. Aber im Video habe ich mir gedraht. Ja, ich komme. So. Aber jemand hat eine Suggestion die ich kenne. Er hat gesagt, wir können eine Reaktion Video machen für das neue indonesische Film. Aber nur ein Trailer von dem. Ja? Ja? Ja, ok. Warte ab. Ich weiß nicht einmal, was das für eine Film ist. Ok. Wir können nicht so viel. So. 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 Oh. So Das ist ja noch nicht schieß. Das geht schnauern. Es hat gern das mit dem Lutkagelut kämpft. Ja, das verstehe ich nicht. Das geht nicht schnauern. Der Anfang ist gut, aber jetzt gerade mit dem Blitz ist es so komisch. Der Anfang ist gut, aber jetzt gerade mit dem Blitz ist es so komisch. Der Anfang ist gut, aber jetzt gerade mit dem Blitz ist es so komisch. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich zu haben, was ihr? Ich bin die Das kostum, ich erinnere, Guardian of Galaxie und Ant-Man. Das ist ein Volk, das ist ein Volk. Das ist ein Volk. Aha, aber ich komme nicht so nachher. Ah, irgendwie so nicht. Warum? Der Freund ist, er ist von Blitzy geschossen, er ist in der Kundela angekommen. Superhero, er ist noch nicht so ein Superhero. Aber es ist ein Hero von Marke oder so. Ah, und ich habe darum gemeint, vielleicht hätte der Film zu tun mit irgendeiner wahren Geschichte. Ja, habe ich auch manchmal gemeint. Ja, mit der Politik und so. Und dann habe ich gedacht, das hätte irgendwie mit der alten Geschichte zu tun, mit den Kindern. Darum habe ich gesagt, ich spreche die andere Sprache. Ich habe gemeint, das sei vielleicht ein paar andere. Ja, habe ich mich halt ein wenig gegeben. Telefon. Ja, was machen wir gesagt? Das stimmt Papa. So, wir sind fertig mit Telefonieren. Ja, es war eine wahre Geschichte. Was? Telefonieren? Ja, es war genau eine wahre Geschichte. Aha, okay, ja gut. Ja, eine Reklame. Ja. Und jetzt? Also ich muss sagen, es ist viel weggesnitzend in diesem Film. Aber ich weiss nicht warum es geht. Am Anfang habe ich einfach gemeint, es ist irgendwie eine wahre Geschichte. Und vielleicht hätte es zu tun mit Politik oder mit der alten Vergangenheit von Indonesien. Darum habe ich gefragt, ob das eine fremde Sprache ist. Weil ich dachte, vielleicht sei das Japaner. Das ist ein alter Film. Und dann ist es ein wenig verwirrend gewesen, der Trailer. Weil die haben sehr moderne Waffen doch noch gehabt. Und so modern mit diesen Blitzen. Und er hat mich durch, da hat noch so alte Kostüme dabei. Mit Blitzen ist es modern. Blitzen ist etwas Natur. Ja, Natur, aber ja, wie es gemacht ist, hat moderne Waffen. Weil man sieht, es ist nicht von Naturkostüme. Ja, es ist nicht von den alten Zettel, die noch in der Kolonie gewesen sind. Ja. Ja. Aber haben sie nicht noch alte Uniforme? Oder was sind die für komische Uniforme? Die Polizei. Sie hatten keine Polizei. Und als Spieler ist der Hero, der hatte so einen Suit. Aha. A Hero-Ding. Genau. Und die Farbe und der Modell ist irgendwie, dass mich erinnert. Ich habe an Garden of the Galaxy von Marvel gemischt mit einem Mensch. Weiss. Irgendwie so etwas von mir aus. Ja, wahrscheinlich müssen sie es noch einmal schauen. Es ist aber so schnell gegangen, so viel Action. Und dann habe ich eben nicht so gut verstanden, sie haben immer zu schnell geredet. Ich habe den Anfang gerne gehabt, hat so wie historical ausgesehen. Und dann habe ich ganz so wie normale Loot, Armee Loot, Kaka-Polizei und so. Es war politik, Konflikt. Weiss. Ja. Das ist so spannend. Aber dann habe ich plötzlich gesagt, da ist von Blitz getroffen. Er hat so ein unnatürliches Gesinn genommen. Weiss. Ja, okay. Ja, das habe ich eigentlich auch gemeint, dass es einfach so ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, er hat die Blitz-Power bekommen vom Blitz. Okay. Gut. Das müsste klar kommen, wenn es geht. Ja. Ich habe nicht verschwunden, den Konflikt, warum. Nein, die Konflikt. Das ist die erste Impression vom Trailer. Wir müssen den Film sehen. Wie heisst der Film? Gondola. 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 Ah, nicht Gondola, das ist ein Name. Gondola. Gondola. Wie heisst du? Du hast es vergessen. Gondola. Gondola. Gota. Nein, das ist ein Selbarm. Was? Was möchte ich mich unternehmen? Gondola. Jetzt weisst du es auch nicht mehr. Hast du es vorher gesagt? Gondola? Nein. Gondola. 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 Ja. Gondola. Ah ja, Gondola, nicht Gondola. Ja. Gondola wäre ein Name. Eine Frau, ein Mädchen Name. Ja. Ein alter. Und der Film ist schon seit vorhin gestanden, 29. August im Kino. Ja, wir können schauen, wenn wir wollen. Ja. Ja, ich weiss nicht. Also ich bin nicht so Fan von Superheroien. Ja, ich müsste da den neuen Spiderman gucken. Aber am Schluss habe ich gesagt, es war sehr spannend. Ja. Viel ätzender. Und vielleicht mit dem auch. Aber ich habe nicht so gerne Filme, wo man genau weiss, das gibt es nicht. Das ist sowieso nicht wahr. Ich habe lieber Filme, die möglich könnten sein. Aber er hat... Der Soot ist modern, weiss. Es ist nicht wie er vom Spider-Beißen erkanne... Es ist wie der Soot, weiss. Und er hat so ein Armband gemacht, wo er das Ding muss. Ja, ok. Das ist mehr logisch. Ja, ok. Aber... Ja, ich hou. Ich habe meinen, okay. Ich habe mich gedacht. Ich habe einen Worte mit den Neuen. Ich habe mich ein bisschen darüber an. Nein, diese Folge. Ich habe mich ein bisschen gehört. Kundula... Kandula. Kundala. Keine. 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 Es hat mir leider viel mehr gesagt, dass ich mir einfach judge vom Trailer habe. Für das hat er ein Trailer weiss, um das Blut zu machen, dass die weiss nicht weiss. Der Anfang ist es gut gewesen, spannend. Das hat mich um die Frage gemacht beim Blitzen. Das ist irgendwie nicht logisch. Und der Blitz hat nicht so natural ausgestellt. Aber vielleicht ist das Film nicht gut. Aber ich weiss nicht. Ja, er muss viel wechseln wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir es gut machen. Ich weiss nicht, ob ich mitkomme. Du weisst, ich bin nicht so eine kleine Fan. Ich schaue lieber am Abend vom Fernsehen. Knabber etwas. Zupfe etwas. Da gibt es nicht was. Da gibt es auch nicht, was es in Indonesien ist. Könnt ihr euch ja alle vorstellen. So, das wäre es, oder? Ja. Wollen wir nicht gehen? Ja. Also, ich wünsche euch alle noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da. Ich würde, das sehr, was sehr ein whetherläschen. Kanalinnen und instrumental better. Since es nicht wieg,